Hallo liebe Wandern-Hundefreunde, in unserem heutigen Unboxing stellen wir euch eine Ausrüstung vor, speziell fürs Laufen und fürs Wandern. Der norwegische Hersteller Non-Stop-Doc-Wehr hat sich spezialisiert auf Outdoorsport, wie zum Beispiel Radfahren, Skifahren, Hundeschlitten und so weiter. Außerdem haben wir eine tolle Aktion, die wir euch in diesem Video vorstellen wollen, also bleibt bis zum Ende dran. Es lohnt sich. So, hier haben wir ein Geschirr von Non-Stop-Doc-Wehr und zwar das Modell Rock Harness. Wir haben es uns in der Größe M bestellt. Wenn ihr auf der Webseite seid, könnt ihr hier über die Größe 5 verschiedene Ausführungen auswählen. Auf der Webseite gibt ihr auch eine schöne Beschreibung zu den jeweiligen Produkten. Wenn ihr weiter nach unten scrollt, seht ihr auch gleich, für welchen Zweck das gedacht ist. Sehr praktisch ist jede Größen-Tabelle. Ihr könnt einmal den Hals- und den Brustumfang eingeben und euch wird eine Größe empfohlen. Und ihr seht auch gleich, ob das Geschirr dann locker oder eng sitzt. Weiter unten findet ihr noch zusätzliche Angaben zum Geschirr. Das Geschirr ist gut verpackt und ist sehr hochwertig verarbeitet. Im Nackenbereich haben wir einen massiven Ring für die Leine. Direkt dahinter befindet sich ein Haltegriff, um zum Beispiel mal an der Ampel den Hund festhalten zu können. Die Riemen um den Hals und auch hinten am Bauch lassen sich separat einstellen und sind auch gut gepolstert. Dann drehen wir mal das Geschirr um. Für eine bessere Zugkontrolle bietet das Geschirr im vorderen Bereich auch eine kleine Öse an. Und zusätzlich gibt es am Bauch noch mal eine weitere Haltemöglichkeit für eine Steppleine. Das Geschirr ist gut gepolstert und bietet so einen hohen Tragekomfort für den Hund. Passend zum Geschirr haben wir noch die Leine Touring Bungee. Die Leine ist flexibel einstellbar von 1,59 m bis auf 2,75 m. Geeignet ist die Leine fürs alltägliche Gassi, zum Wandern oder auch zum Laufen. Die Touring Bungee besteht aus drei Elementen. Ein stabiler Griff, der direkt neben den Karabinern sitzt und die totale Kontrolle im Verkehr oder bei Begegnungen mit anderen gibt. Ein kurzes Stück elastische Leine, das die Bewegungen deines Hundes abfedert und den Komfort bietet, ohne den Kontakt zu beeinträchtigen. Der Karabiner lässt sich leicht durchdrehen, öffnen und verriegelt sich automatisch. Eine verstellbare Aluminium-Schnalle am Leinenende, wenn du die Leine einfach um deine Teile legen kannst, um freihändig zu laufen, oder um deine Hand, indem du die Schlaufe festziehst. Mit der gleichen Funktion kannst du deinen Hund überall anbinden, von einem Lanternpfahl bis zu einem Baum. Eine tolle Ergänzung ist der Treckenbär 2.0. Ein Laufgurt, um bei Aktivitäten wie Wandern, Laufen und Skifahren die Hände frei zu haben. Der Gurt ist gepolstert und bietet den optimalen Komfort beim Training mit einem Hund. Auch hier findet ihr wieder auf der Webseite eine Größentabelle. Hier könnt ihr euren Umfang eingeben und ihr kriegt eine Empfehlung für die richtige Größe. Nachdem ihr eure Maße angegeben habt, seht ihr in dieser Tabelle wieder, wie locker oder wie eng der Gürtel anlegen wird. Zusätzlich bietet der Gürtel zwei Schlaufe für die Beine, damit der Gürtel nicht hin und her rutscht. Vorne gibt es ein spezielles Schließmechanismus für die Leine, um diese sicher zu befechtigen. Und so hat man beim Wandern zum Beispiel beide Hände frei. Auf der Rückseite habt ihr nochmal zwei Ösen, um Dinge zu befechtigen. So und das Beste zum Schluss. Nonstop Dogware haut jetzt mal eine tolle Aktion raus. In der Videobeschreibung findet ihr einen Affiliate Link und einen Rabattcode. Und mit diesem erhält ihr ab heute eine Woche lang 20% Rabatt im Onlineshop. Wenn ihr das Unboxing gefallen hat, lasst ein Like da und abonniert und verpasst du kein weiteres Unboxing mehr.